Von Hannover über Offenbach bis nach Saarbrücken, ich habe ein paar freshe Künstler für euch, heute im Spot-on bei Liebe für Hip-Hop der Rapcast. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei Liebe für Hip-Hop der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch aus Bang Ring Day, wo wir sind in der 62. Folge von Liebe für Hip-Hop der Rapcast. Gerade Folgenzahl bedeutet natürlich wie immer ein Spot-on. Und zwar das, ich weiß gar nicht, wie vielte. 13. oder so vermutlich. Vorher nochmal ein bisschen Werbung. Wenn ihr diesen Podcast ganz taufrisch zum Release hört, dann kann ich euch noch einladen zu Rap on Stage. Das findet heute am 9.7. statt in Hannover. Erlebnispark Waikito oder so heißt es da. Also Waikito ist so ein Spielplatz in der List und da kann man scheinbar auch Konzerte veranstalten. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist übrigens tatsächlich das 13. Spot-on. Und genau, da werde ich auftreten. Da werden die Leute von Push-It-Age-Town auftreten. Der Silo aus Bremen. Und als Haupt-Act ist Nedal Nip gebucht. Und Rap Innerburg ist auch noch da. Die werden auf jeden Fall alle da sein und auftreten. Es wird eine wunderschöne Show werden, vermute ich einfach mal. Und genau, heute Abend im Kinderpark Waikito ab 16 Uhr ist Einlass. 17 Uhr geht's los. Wenn ihr es frisch hört, wenn ihr den erst am Sonntag hört, hier den Podcast, dann seid ihr zu langsam gewesen. Naja. Aber damit ihr nicht ohne Tipp losgeht, wenn ihr das erst am Sonntag hört, nochmal ein Tipp, was ich gerade relativ häufig gucke, ist Flair Talks. Ruse streamt ja regelmäßig auf Twitch, inzwischen auch Gino Casino. Beide sitzen oft dabei, Flair im Studio. Und ja, haben halt so Twitch-Streams, werden über Discord angerufen, beantworten Fragen. Und Flair macht das auch alleine mit Symes. Ist häufig dabei, genauso. Und ja, lohnt es sich auf jeden Fall zu gucken. Die Highlights findet ihr bei Gino Casino auf dem YouTube-Kanal oder bei Eroos World. Das so als kleiner Gucktipp für jemanden, der Bock auf diesen ganzen Gossip-Straßen-Kram hat, den ich ja so faszinierend finde. Und immer wieder unterhaltsam, denn die plaudern da schon krass aus dem Nähkästchen. Und ich sehe gerade meine Lautstärke schwankern. Okay. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Es ist Spot-on-Zeit und ich habe vier Künstler euch rausgesucht, die ich euch mal vorstellen möchte. Als erstes hätten wir da Pessipop. Pessipop. P-E-S-S-I-P-O-P. Pessipop. Künstler aus Saarbrücken oder aus dem Saarland auf jeden Fall, habe ich bei TikTok gefunden. Der macht Rap und Gesang auf so elektronische Beats. Sehr viel Sinti und ja, auch schon so harte Elektromucke irgendwie mehr oder weniger. Er selbst sagt, es ist so eine Mischung aus Hip-Hop-Beats und House-Beats, glaube ich, so um die Richtung. Also hat er selbst, glaube ich, in einem Lied mal gesagt. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf hatte. Ich weiß nicht, ob er House gesagt hat oder Techno, eins von beiden, so in die Richtung ging es auf jeden Fall so. Also elektronische Tanzmusik. E-D-M, elektronische Dancemusik. Naja. Auf jeden Fall könnt ihr euch gut vorstellen. Es ist halt keine Soul- oder Funk-Samples oder Geigenspiele. Es sind halt harte elektronische Länge. Und das ist auch gut, denn das macht sehr viel Spaß. Er ist textlich relativ ernst. Es geht viel um ihn, um sein Leben. Seine Kindheit war scheinbar nicht ganz so angenehm, wie sie Kindheiten sein sollten. Kindheiten sollten im Grunde immer, ich weiß, es zählt häufig nicht, passiert häufig nicht, aber Kindheiten sollten eigentlich immer schön und entspannt sein. Man sollte sich voll darauf konzentrieren können, ein Kind zu sein. Und sich keine Sorgen machen, die die Eltern sich machen, sondern das sollten die Sorgen der Eltern sein. Wie gesagt, betrifft viele ihn scheinbar auch, dass das Geld häufig knapp war. Und er hat auch einen sehr spannenden Song, fand ich, weil ich ihn auch erst gar nicht so gerafft habe, nämlich Angst, heißt der. In diesem Song fängt er so an zu rappen und erzählt halt von ihr, die immer da ist, wenn er abends schlafen geht, wenn er morgens aufwacht, ist sie da. Oder wenn er sich mit Freunden trifft, so, ja, sie kommt mit und bleibt immer bei mir so bis ans Lebensende. Und hörst du das und denkst so, ja, okay, klingt wie eine nervige Freundin oder Freund, keine Ahnung, PartnerInnen. Aber der Song heißt halt Angst und er sagt es, glaube ich, explizit nie, aber er rappt halt von seiner Angst, die er hat. Zukunftsangst, keine Ahnung, Existenzangst. Es gibt ja viele Ängste, die wir Menschen haben, die uns ständig begleiten und uns nicht loslassen. Und er sagt halt auch, sie ist da, seit sie ein Kind ist. Sie bleibt bis an mein Lebensende, haben wir jetzt festgestellt und so. Das war auf jeden Fall krass, so, das ist so der Tenor, mit dem er so an die da rangeht. Und, ähm, ja, ähm, genau, sein neuestes Single kam am 24.06. und heißt Alte Weiße Männer. Und dadurch habe ich ihn auch entdeckt, denn er macht sehr viele TikToks, lädt die auch als Reels bei Instagram hoch. Und, ähm, da macht er immer, ja, so kleine Gags oder so kleine Anspielungen, die dann darin enden, dass er halt singt, Alte Weiße Männer gehen nicht 40 Stunden ackern und so. Ähm, das ist halt so ein Track über Alte Weiße Männer, dass sie reich sind, warum sie reich sind und, äh, dass es immer so bleiben wird. Und, äh, ja, ein sehr, sehr krasser Track, cooler Track, macht sehr, geht sehr nach vorne so, geht gut ab, ne, und hat halt einen guten Inhalt. Und das ist halt auch so was, ein bisschen was, was ich mit meiner Musik inzwischen machen will, so einen guten, einen guten Vibe erzeugen, aber trotzdem Texte haben, die einen zum Nachdenken anregen, die, äh, Inhalt haben, die was aussagen, so, und nicht einfach nur, bläh, sind so, ne. Ich rotz da was hin, damit's geil klingt, so, was, also so genau mein Ding. Äh, genau, könnt ihr euch mal reinziehen, auf jeden Fall Alte Weiße Männer. Ja, und allgemein Pessy Pop, ähm, ja, macht auch, äh, hat auch so einen, so einen Kollegen, mit dem hat er die, äh, Flower Power After Hour, äh, so ein, ich weiß nicht, ob es ein Album war oder, oder nur ein paar Tracks irgendwie, ähm, dem ist er auf jeden Fall unterwegs, jetzt hab ich gerade seinen Namen vergessen, äh, irgendwas mit Manu war das. Wait a minute, ungoogle it. So, das ist der Pessy, und hier ist der Manu Meta Music, Manu Meta, auch ein geiler Name, Manu Meta, ähm, ja. Ja, sehr, 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 sehr stark und, äh, sehr, sehr gute Musik und wie, also die Mucke ist so, dadurch, dass sie so elektronisch ist und, ähm, kann, ich kann bei elektronischer Musik halt häufig so die so im Hintergrund laufen lassen, ohne groß drüber nachzudenken, äh, was da jetzt läuft. So, ich kann die halt ausblenden, sag ich mal. Und das find ich ne geile Mischung bei ihm, weil ich könnte die, einerseits konnte ich seine Mucke so im Hintergrund laufen lassen, wenn ich irgendwas anderes gemacht hab beim Hören. Ich konnte mich aber auch hinsetzen und einfach den Texten zuhören, weil die Texte halt wirklich gut sind und inhaltsstark. Und das ist auf jeden Fall ne sehr, das ist auf jeden Fall ne sehr gute Stärke, große Stärke von, von Pessy Pop. Wofür Pessy Pop genau steht, hab ich keine Ahnung. Aber das war Pessy Pop, zieht ihn euch rein, ihr findet ihn, ähm, auf jeden Fall auf Instagram, auf TikTok, auf Spotify und YouTube. Äh, Links sind unten, ich glaub, bis auf den TikTok-Link, den kann ich ja nie rein. Ich pack ja immer nur Instagram, Spotify und YouTube rein. Ähm, ja, aber wenn ihr Pessy Pop bei TikTok eingibt, dann solltet ihr ihn auch finden. Äh, kommen wir zum nächsten, den ich lustigerweise auch durch TikTok, ähm, wiederentdeckt hab, würd ich mal sagen. Und zwar der gute Stoffwechsel 23. Dem folg ich schon länger, beziehungsweise, ja doch, ich hab ihn, sein, sein Künstler-Account bei Facebook hab ich schon länger. Ähm, abonniert sagt man auch bei Facebook, ne, weiße Künstler-Accounts. Also wir sind da keine Freunde, aber ich folg seit seiner Seite. Äh, auf jeden Fall wird er mir schon lange angezeigt bei, bei, ähm, Facebook. Mal hatte ich mehr auf dem Schirm, mal weniger. Und jetzt ist er mir wieder ins Auge gesprungen durch TikTok, weil er da einen Song von sich hochgeladen hat. Ähm, das ist das Video, ein Ausschnitt davon. Wobei TikTok, wenn's unter drei Minuten ist, kannst du ja auch das ganze Video hochladen. Geht ja auch problemlos inzwischen. Und es regnet übrigens, weil's ihr im Hintergrund irgendwie rauschen und trippeln hört und so. Stoffwechsel 23 ist auch jemand, der hat so ein bisschen, ja, härtere Texte. Also nicht härter, härter klingt so wie, ähm, die ganze Zeit flucht und Leute beleidigt. Nee, äh, inhaltlich ein bisschen härter. Ja, es hat scheinbar ein großes Problem mit Medikamenten. Ähm, ob überdosiert, falsch dosiert oder, ja, einfach Medikamente nimmt, die er vermutlich gar nicht bräuchte. Hätte er nicht angefangen, sie zu nehmen oder so. Kann ich nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall, ähm, geht sehr viel um, um Pillen und die er nehmen muss und die er aber gar nicht nehmen will. Und irgendwie so eine, so eine Medikamentenkritik, könnte man sagen. Ähm, was sich so immer wieder durch seine Lieder zieht. Er hat auf jeden Fall einen Track, der extrem stark war, fand ich. Äh, DNS, der hat auch mit Abstand die meisten Klicks. Der hat irgendwie über 90.000 Klicks bei YouTube. Und in dem Song, äh, geht's darum, dass es, dass er keine Kinder möchte. Er sagt so ein bisschen so, ich, ich, ich werde niemals Kinder haben. Äh, meine Tracks sind sozusagen meine Kinder, meine DNA, die ich weiter verteile. Das ist so ein bisschen so die Kernaussage. Aber ich finde einen starken Track zu sagen, ich will keine Kinder. Ja, denn in unserer Gesellschaft ist es ja doch noch sehr weit verbreitet und sehr normal, dass man Kinder hat. Dass man sagt, ich, ich mach die Schule, ich mach ein Studium oder eine Ausbildung, arbeite ein paar Jahre in meinem Job. Und dann heirate ich eine Frau und krieg Kinder. Ähm. Ähm, und ich hör's immer wieder, weil ich Leute im Freundes- und Bekanntenkreis habe, die einfach sagen, ich will keine Kinder. So, ich hab mir das gut überlegt und ich bin nicht der Mensch, der Kinder haben muss, der Kinder haben sollte vielleicht auch. Ich denk mir auch immer, Leute, die keine Kinder haben wollen, sollten auch keine Kinder haben. Vermutlich würden sie sie trotzdem lieben, wenn sie dann da sind. Aber die Grundeinstellung ist einfach schon falsch. Weird nicht, aber falsch. Wenn ich keine Kinder haben will, sollte ich auch keine kriegen. Weil, ne, also, auch Menschen, die sagen, ich mag gar keine Kinder, aber dann welche kriegen, ist auch immer so ein bisschen, hm, sicher? Ähm, naja, gut. Aber dann ist wahrscheinlich einfach so dieses, oh, ich hab keinen Bock, mich um Kinder zu kümmern, die nicht meine eigenen sind. Irgend so, was ich auch schwierig finde irgendwie, aber, ja, okay, das ist dann halt so, ich muss sein. Aber Leute, die sagen, ich will keine Kinder, sollen keine kriegen. So, ich hab bei ihm nicht ganz verstanden, ob das jetzt eine körperliche Sache ist, dass er keine Kinder kriegen kann. Oder ob er sich bewusst dazu entschieden hat, aus, ähm, ja, Gründen des, des, der eigenen Zweifel, des, der eigenen körperlichen Gesundheit vielleicht oder so. Weil das ja auch körperlich wäre. Ähm, ja. Ja, das hab ich jetzt nicht ganz rausgehört, aber ist ein starker Track auch, wie gesagt, in dieser Zeit einfach zu sagen, ich möchte keine Kinder. Ich entscheide mich bewusst gegen Kinder, so. Weil wenn es eine körperliche Sache wäre. Man kann aber adoptieren. Naja, gut. Auf jeden Fall stark. Ähm, die, 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 der Sound an sich von Stoffwechsel ist, uh, er singt viel und rappt halt, ne? So, Beats sind so eher so Richtung Boom-Bab-mäßig, so, ne, Sample und Drums Richtung. Äh, also jetzt nicht so elektronisch wie bei, ähm, bei Pessipop, aber sehr, Pessipop steht vielleicht auch einfach für pessimistischer Pop. Könnte sein. Ähm, sondern es sind schon eher so Gitarren, Klavier-Samples und so, ne? So das Klassische, was man halt so aus Boom-Bab-Tracks kennt. Und dann wird jetzt, genau. Aber sein Gesang, der wirkt auf mich, mich persönlich, mich erinnert es sehr stark an, an so türkischen, türkische Lieder. Jetzt nicht, weil er türkisch rappt oder singt, sondern so von, von der Gesangsart her, so. Dieses leicht, irgendwie so ein bisschen leicht, schief und sehr Töne ziehend und so. Ähm, ich glaub, für ihn soll's einfach so Richtung R'n'B gehen, so Drums, also so Hip-Hop-Beats und ich singe dazu, ne, ne, Sample, Drums, Gesang. Ähm, aber mich erinnert es halt daran. Bin ich vielleicht auch der Einzige, weiß ich nicht, aber, ähm, fand ich, find ich sehr interessant, find ich spannend. Ähm, also was ich jetzt sagen will, er singt jetzt nicht krass schief und schlecht so, ne, also das kann man sich schon anhören. Äh, es gibt natürlich bessere Sänger, ja, gibt's immer, außer, ähm, Whitney Houston, die hat nie jemanden übertreffen können. Rap. Ähm, in seinem neuen Track gibt's allerdings ne Aussage, die find ich schwierig, äh, denn er deutet etwas an, es heißt Achterbahn und plötzlich geht's in so, nur so zwei, drei Zeilen darum, dass die Leute keine Ahnung haben. Und denken, sie wissen, was die Krise hervorbringt, aber tun's gar nicht und er weiß auch nicht alles, so, was ich persönlich einfach extrem schwierig finde. Wir haben gerade durch die Corona-Pandemie haben wir einen Überlauf an Verschwörungsphilosophen, Theoretiker kannst du ja nicht nennen, weil das fußt ja auf kein Theorien. Die Theorien sind ja immer etwas, was auf etwas vorhandenem beruht und darauf wird dann aufgebaut, aber eine, ein, was, was die halt im großen Teil sagen, sind halt einfach irgendwelche Vermutungen, was sein könnte. Theoretisch könnte, theoretisch könnte es, ne, könnte es nicht, ist bewiesen, ähm, ich würd' sagen, dass der, die Erde sich um den Mond dreht, aber ist Quatsch, ist, ähm, am Wissenschaftler, aber man könnte sagen, ja, die haben ihn gelogen, die Erde dreht sich um den Mond und der Mond ist flach. So, wenn ich alles, allem widerspreche, was die Wissenschaft darüber sagt und sage, nee, die lügen, dann kann mir ja keiner beweisen, das ist unweil, so, ne, ich, 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 ich denke mir halt, okay, klar, man kann sowas denken, man kann sowas auch im Freundeskreis sagen, aber ich finde, wenn du es auf Lieder packst und dann nur mit drei Zeilen andeutest, dass da irgendwas anders ist, als die Mehrheit denkt, schwierig. Man könnte es natürlich auch so interpretieren in die Richtung, dass er sich an diese Leugner wendet und sagt, so, ihr denkt, dass es wirklich wahr ist, aber, äh, das Quatsch, was ihr denkt, okay, aber das wird halt überhaupt nicht deutlich in dem Track für mich, woran er sich richtet, weil es auch so random plötzlich mittendrin ist irgendwie, ne, er rappt halt über sein Leben und dass es auf und ab geht und so und plötzlich kommen diese Zeilen und du denkst dir so, aber was reden wir hier eigentlich gerade, so, ne, das finde ich, finde ich schwierig, das so anzumachen, zu deuten und dann plötzlich wieder zurück zu, also, nicht zurückzurudern, aber einfach so im Raum stehen zu lassen, weil das dann dafür sorgt, dass die Leute dann denken, so, oha, weiß der mehr als ich, weiß, weiß der, weiß der irgendwas, was ich nicht weiß, hat der, hat der Information, die ich nicht hab, die nicht jeder Mensch hat, ja, entweder du kommst mit, mit Sachen, die man auch überprüfen kann, ob sie richtig oder falsch sind, mit Aussagen, oder lass das am besten weg, aber, ja gut, ist halt auch künstlerische Freiheit, wo er es, äh, sich selbst überlegen muss, ähm, und dann kommt halt noch sein Name dazu, mit Stoffwechsel 23, wechsel übrigens mit X, nicht mit, äh, C-H-S, ähm, und 23, ja, Illuminati-Shit und so ist, ne, ich weiß nicht, ob ihr dem Film 23 nichts ist, wie es Schein kennt mit, ich will mal sagen Karl Koch, aber es ist über Karl Koch mit August Diehl, natürlich, meine ich, ähm, äh, sehr großartiger Film, ja, auf DVD guck ich mir sehr gerne an, ich bin ja auch so, weil ich davon jetzt weg bin, weil ich gesehen hab, was da so meine, meine Mitdenker sind, die das alle ein bisschen zu ernst nehmen, aber ich hab mich auch sehr viel mit, äh, Illuminaten und so beschäftigt und so inzwischen, sag ich, keine Ahnung, kann sein, ist aber auch im Prinzip unwichtig für mein Leben, so was, was da jetzt wahr ist und was nicht, ich werd jetzt die Welt nicht verändern, weil ich da irgendwie mal was, ähm, äh, gesehen oder gehört habe, ne, ist halt so mein Ansatz inzwischen, ähm, ich find's aber super spannende Themen und ich hab auch immer noch irgendwo, äh, die 100 besten, ähm, Verschwörungstheorien bucht, die rumfliegen und so, äh, also ist schon, ist schon funny, aber, ja, wie gesagt, in Tracks würde ich das jetzt nicht andeuten, außer es ist halt deutlich, dass es eine gewisse Art von, ähm, Satire ist und nicht ernst gemeint ist, dass ich nicht mehr weiß als andere, so, ne, also, aber gut, das wollen wir dem Herrn Stoffwechsel jetzt auch gar nicht zu doll ankreiden, seine Mucke ist trotzdem gut, mir gefällt die, ähm, das Spannende, lustiger an ihm ist, na, lustiger ist es nicht, aber das Interessante ist, er sieht halt wirklich alt aus und das sagt er halt auch, er sieht aus wie 50, ist halt sehr, im Gesicht sehr gealtert, hat graue Haare und so, dadurch wirkt er sehr alt, ähm, ist aber scheinbar erst Ende 30, also noch gar nicht alt, aber er meinte, er sieht halt schon aus wie 60 und so, ähm, was wohl auch durch seine Krankheit kommt, ich vermute, er hat einfach eine Stoffwechselerkrankung, dadurch auch der Name ist Stoffwechsel, wäre ja auch krass, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt Mucke und ich nenne mich nach meiner, meiner Krankheit, mit Leukämie anfängt zu rappen, sagt, ich bin, äh, Leukämie Johnny, ist eine Aussage, finde ich, also, aber Stoffwechsel ist jetzt natürlich auch, ähm, kannst natürlich auch mehrere Arten interpretieren, von daher, äh, und die 23 weiß man ja auch nicht, ne, ob das jetzt daherkommt, oder er auch am zweiten, dritten Geburtstag hat, wie die gute Ziva, die auch Ziva 23 heißt und ich so mal, äh, gesagt hab im Podcast, äh, woher kommt das und sie mir dann geschrieben hat, ja, ich hab am zweiten, dritten Geburtstag, that's all folks, weiss man nicht genau, naja, auf jeden Fall, soviel zu Stoffwechsel, äh, ist eher klassischer Rap, würde ich sagen, ähm, mit Gesang halt, ne, wie gesagt, er singt viel, kann man gut finden oder nicht, ich find's, find's okay, es passt rein in die Musik. Kommen wir zum nächsten und da bin ich jetzt, ähm, das wird bei den nächsten Spot-ons hin und wieder tatsächlich einfach passieren und zwar werde ich immer wieder mal, ähm, Leute aus der, äh, christlichen Rap-Szene vorstellen, die christliche Rap-Szene ist inzwischen wahnsinnig groß, ich weiß noch, als ich anfing mit Rap, ich bin ja, äh, Christ für die, die es nicht wissen, ähm, hab am Anfang auch christlichen Rap gemacht, also sehr stark christlichen Rap inzwischen, mein Glaube ist Teil meines Lebens und mein Leben fließt in meine Texte und deswegen ist der Glaube auch immer ein Stück weit in den Texten drin, äh, aber ich setze mich jetzt nicht hin und sage, jetzt schreibe ich ein Lied, indem es darum geht, was Jesus getan hat, so, nee, wenn's passiert, passiert's, wenn nicht, dann nicht, ne, ich hab jetzt ja auch vor kurzem, ähm, mein guter Pfad veröffentlicht auf YouTube, äh, wo es ja auch einfach um meinen Glaubensweg geht, so, um mein Leben mit Jesus, das hab ich vor über zehn Jahren geschrieben, den Song, ähm, aber ist nicht auszuschließen, dass ich irgendwann mal wieder so einen Song schreibe, ne, und da will ich so ein bisschen reinkommen, weil das sind halt, ich bin halt Christ und das sind meine Brüder und Schwestern im Glauben und so und deswegen möchte ich denen auch ein bisschen Plattform geben, ein paar hab ich ja schon vorgestellt, wie zum Beispiel Davey, der relativ früh hier sogar vorgestellt wurde, in Folge 18, muss 18 gewesen sein, weil 19 war dann das Krone-Interview, das war nach der Folge über ihn und Davey, genau, und, ähm, im Spot an hatte ich auch schon Live-Row, heißt er, ähm, wie gesagt, er ist, glaub ich, André und hieß früher André Nalin und irgendwie hab ich im Kopf immer noch, dass er Live-Row heißt, stimmt aber gar nicht, ähm, genau, den hab ich auch schon mal vorgestellt, der ist ja auch aus der christlichen Szene ein bisschen, ähm, ja, und jetzt hab ich gesagt, okay, komm, ich hör jetzt da öfters mal rein, pick mir ja immer ein paar raus und heute hab ich euch zwei mitgebracht und die ersten beiden sind Apo 6.3, was super funny ist, weil ich hab dann, ich hab so eine Playlist, so eine längere, ähm, und da halt mit bei, dann hab ich so geguckt, okay, welche, gefallen mir jetzt so auf Anhieb und irgendwie flashen mich so ein bisschen und da war Apo's halt mit bei und ich klicke drauf und fang an den zu hören und guck so ein bisschen, was er unten geschrieben hat, bei Insta hab ich ihn übrigens nicht gefunden, scheinbar ist sein, sein Instagram-Kanal weg oder gelöscht oder irgendwie auf inaktiv, keine Ahnung und, ähm, ich hab aber ein Feature von ihm bei YouTube gefunden, wo sein YouTube-Kanal verlinkt ist, aber da lande ich dann bei einem anderen, bei einem, äh, Giacomo163. Giacomo, Giacomo ist das so ein Fake-Name, oder? Naja, ähm, genau, aber das ist scheinbar nicht der gleiche. Keine Ahnung, ich hab nur seinen Spotify-Account. Äh, und da steht drin, dass er aus Hannover kommt, aus der List. Übrigens der gleiche Stadtteil, aus dem auch FSK kommt, den ich hier schon mal im Spot-On hatte, den ich auch regelmäßig auf, äh, Instagram ein bisschen supporte oder versuche zu supporten, so. Und, genau, die kommen beide aus der List und deswegen aus 6.3, weil List hat 30163 als Postleitzahl. Deswegen Giacomo163 kommt auch aus Hannover, aus der List scheinbar. Also, die sind irgendwie vermutlich verbandelt, aber warum der jetzt den Kanal hat und Apo hat weder Insta noch YouTube, keine Ahnung. Ähm, ist aber auch nicht so wichtig, weil, wie gesagt, seine Musik hört man auf die Spotify und die ist ist cool. Also, wie soll man's sagen, es klingt erst mal klassisch nach Straßenrap. So ein bisschen mit Gesang, mit ein bisschen Effekten auf der Stimme, mit harten Bars und Rap und ein bisschen düster, ein bisschen schwerere Kost, so. Ähm, inhaltlich geht's um scheinbar um Drogen und um Prügeleien, also wirklich so dieser ganze Straßen-Talk, aber er hat halt immer so diesen Twist mit drin, so diese Message, Jesus liebt dich und ist für dich gestorben. Das ist so sein, ist immer so dieser Twist in den Liedern drin, ne, also, er erzählt von den Straßen, was er so erlebt hat oder was Leute sagen ihm, die er erlebt haben oder was weiß ich und er hat sagt dann aber immer, kommt immer auf diesen Punkt, Jesus liebt dich, ist für dich gestorben. Was im Paradox nochmal, also seine neue EP heißt Paradox, die ist glaube ich vor dieses Jahr gekommen und da gibt's auch einen Song drauf, der heißt Paradox und in Paradox redet er halt genau über diesen Zwiespalt, so dass er am Nisterplatz rumhängt und scheinbar Hase verkauft, ne, also Haze und, ähm, aber gerade aus der Gemeinde kommt, so und der aber auch Geld machen wollte und das ist halt leicht in seinem Bereich, also in seinem Viertel, so, ne, und, ähm, ja, diesen Widerspruch greift er halt auf in dem Lied, so dieses Glauben aber Straße Ding, so, ne, und das ist, spiegelt auch meiner Meinung nach so seine, seine Musik sehr gut wider, ähm, was er hat, was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist dieses, äh, du glaubst nicht, also er hat so Lines wie, du glaubst nicht an Jesus, aber wir werden schon sehen, wer am Ende recht hat und dieses am Ende recht haben ist halt gemeint, ich sitz dann, bin dann im Himmel und du in der Hölle und das finde ich halt immer so, äh, Bruder, nein, nein, nicht so, bitte nicht so, ich, dieses, ja, du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du jetzt nicht glaubst, was ich dir sage, nee, Alter, so hat Jesus das nicht gemacht, hat er vielleicht, nee, eigentlich, also so hab ich ihn nie verstanden, so, klar, er hat deutlich gesagt, so, ne, wer an mich glaubt, der wird gerettet und wenn nicht, dann nicht, aber nicht auf diese, diese Konfrontationsart, das ist, gibt's auch gerade bei, bei TikTok ganz, es ist so ein Thema, ähm, dass es so eine TikTokerin gibt, die vegan lebt und die sagt, wenn, jeder, der nicht vegan lebt, ist ein Mörder und ein furchtbarer Mensch und, äh, sowas, ne, also, die probiert einem das so richtig aufzuzwingen und dann gibt's halt auch so Leute, die, die, äh, duetten das, also, so Splitscreen und sitzen dann da und fressen halt so Fleisch als Provokation und das ist halt das, was häufig passiert, wenn du Menschen sagst, was du machst, ist falsch, ich weiß es besser, dann gehen die Leute in eine Trotzhaltung und machen es erst recht, also, falsch, in Anführungszeichen, ne, ob's richtig oder falsch ist, das, es ist das, was er glaubt, aber es heißt ja nicht, ne, also, ich glaub das ja auch, deswegen denk ich schon, dass er recht hat, aber, am Ende wissen wir es alle, ehrlich gesagt, nicht, weil's Glaube ist und kein Wissen, sag ich immer wieder gerne, das find ich halt nicht so cool, aber, und das ist ein großes, aber, er hat halt diesen Straßenstil, diese harte Sprache, ähm, direkte Erzählung und dadurch finde ich, passt es wieder besser, dass er diese direkte Konfrontationsansagen hat, weil Straße halt hart ist und nicht immer mit Liebe besetzt, sondern klare Ansagen, so, ne, das find ich halt, das find ich passt dann irgendwie zu seinem Stil, der Art, wie er rappt und so und das find ich, ähm, ja, gefällt mir tatsächlich, ähm, auch Stimme und so passt ganz gut, er, wie gesagt, er singt manchmal ein bisschen und das, das passt auch sehr, sehr nice zusammen, ähm, genau, also, Apo ist auf jeden Fall, Apo 6, 3 ist auf jeden Fall jemand, den könnt ihr euch mal reinziehen, wenn ihr mal so ein bisschen, ich sag mal, christlichen Straßenrap hören wollt, wenn ihr mal wissen wollt, wie die Christen auf der Straße abgehen, dann hört euch Apo an, also, vom, vom Sound her, ich weiß natürlich immer nicht, List ist bei mir halt auch immer gespeichert, als, äh, sehr große Häuser, direkt an der Eidenriede, in dem viele Anwälte sitzen und viele andere Firmen ihren Sitz haben und nicht unbedingt als das Ghetto abgespeichert, aber List ist auch ein großer Stadtteil und sehr nah an der Stadt dran, ähm, und deswegen gibt's da glaube ich auch solche Bereiche und solche Bereiche, es gibt jetzt nicht nur die Villen an der Eidenriede, sondern es gibt glaube ich auch, äh, einfach Wohnungen in der, ähm, äh, äh, wie heißt sie denn, äh, in der Friesenstraße, die quer vom, von der Hamburger Allee, äh, quer durch die List geht und so, ähm, wo es dann vielleicht schon ein bisschen härteres Pflaster ist und es gibt ja auch den Weiße Kreuzplatz, der gehört ja auch schon zur List, äh, wo, äh, Obdachlose regelmäßig übernachten und so, also, ne, List ist bei mir nicht immer der, der Ghetto, ähm, abgespeichert wie Linden Süd zum Beispiel, da ist es schon insgesamt bisschen rauer, aber List ist wahrscheinlich schon hart, keine Ahnung, bei FSK denke ich auch immer, krass wohnt der List, wohnt der genau, äh, aber, na gut, äh, so viel dazu, ähm, kommen wir zum nächsten, zu Joe Dawn, Joe Dawn, ähm, ähm, ist ein Frankfurter, Offenbacher, glaube ich, ja, Offenbach, ähm, ja, sein Sound ist so ein krasses Gegenteil, obwohl beide die gleiche Message irgendwie haben, zu Abo, der Sound von Joe Dawn ist sehr, sehr leicht, ähm, die Beats sind so ein bisschen, ein bisschen Reggae-Richtung, so leicht, ne, so ganz, so vom Sound her so entspannt und, klingt fröhlich, gute Laune, und seine Texte darauf sind, auch, also, seine Art, wie soll ich's erklären, ähm, seine Stimme beim Rappen hat manchmal ein bisschen D-Flame-Vipes, also, wer D-Flame noch kennt, der weiß, ja, eine ziemlich tiefe Rapp-Stimme, er singt aber auch viel, also Joe Dawn, nicht D-Flame, und beim Singen ist die Stimme sehr hell und sehr, sehr fröhlich, sehr freundlich, ähm, diese Mischung macht's ganz geil und dann auf diese leichten Beats, so, das macht, es ist gute Launemucke, sagen wir's so, inhaltlich ist es halt so Glaube, Gott, Probleme, die er durch Gott gelöst hat und so, äh, also, ist jetzt nicht nur gute Laune Party-Mucke so, ist halt inhaltlich auch schon, ist halt richtiger Worship-Pop, äh, hat Davy früher mal erfunden, äh, Francis hat dann damals das Wort Gospel-Rap, glaub ich, als erster benutzt, meines Wissens nach, ich glaub, ich hab's vorher nirgends gehört, äh, äh, das hat sich jetzt durchgesetzt, also, die christliche Rap-Szene sind Gospel-Rapper, kann man's, äh, gut sagen, und, ähm, das macht er halt, er macht Lobpreislieder, wie's auch im christlichen Jargon heißt, ähm, in, in Rap-Form und Gesang-Form, auf, auf, Reggae-artige Hip-Hop-Beats, so würde ich's jetzt beschreiben, ähm, macht Spaß, ist, ist, ist schöne, ist schöne Musik, wie gesagt, sehr, sehr leicht, sehr entspannt, du musst dich jetzt auch nicht hinsetzen und jedes Wort zuhören, weil der Vibe halt ganz gut rüberkommt, kannst du aber machen, weil er natürlich auch ein bisschen was erzählt von sich und seinem Leben, und, ähm, genau, ein Song, den wollte ich noch hervor, mit Bodyguard, und in Bodyguard betont er so geil manche Wörter, das ist so ein, so ein, also ihr müsst, hört euch mal Bodyguard an und guckt drauf, wie, wie er die ersten Reime betont, so, ne, das ist so ganz groß und mächtig und so gar nicht, wie das fortgesprochen wird, aber irgendwie doch und, äh, sehr, sehr gut, also macht Spaß, John, Joe, Joe Don, also J-O-E, D-O-N, Joe Don, würde ich ihn aussprechen, macht sehr, sehr leichte, gute Musik, die Spaß macht, die macht in erster Linie Spaß, den war, den war es beim Namen, sie macht Spaß, setzt sich nicht hin und dann, wenn es schlechte Launa ist, hörst du Joe Don und der, der bestätigt dich in der Musik, sondern machst es, keine Ahnung, kannst es beim Putzen anmachen, so schön im Hintergrund, nice, genau, das waren die vier, die vier Künstler, ich glaube, so lange habe ich lang nicht mehr über, über Spot on Künstler geredet, oder? Naja, über Neda halt, aber das war ja auch ein Album, äh, komplett, ähm, auf jeden Fall waren das Pessipop, Stoffwechsel 23, Apo 63 und Joe Don, ähm, zieht sie euch rein, wie gesagt, Pessipop eher elektronische Rap, Popmusik, Stoffwechsel, mehr so, etwas straighterer Rap, aber auch viel Gesang, R&B, meiner Meinung nach ein bisschen türkische Einflüsse, Apo 63, christlicher Straßenrap und Joe Don, christliche gute Launemucke, Okay, so, kurz zusammengefasst, hätten wir uns den Rest eingesparten können, ähm, das waren die Jungs fürs Spot on heute, wir haben aber natürlich, natürlich noch ein Battle parat und es war, ich sag jetzt schon, guckt's euch alle an, wenn ihr es nicht kennt, guckt's euch an, es war Gospel Gang, Battle Boy, Bastie, ähm, beide sehr lustige, talentierte Rapper, sehr, gute Punchlines, wobei Gospel auch wirklich, also der hat teilweise echt Sachen rausgehauen, und dann gesagt, also Battle war 2015, und wir wissen ja alle, 2015 war eine recht große Flüchtlingskrise, und er haut halt Sachen raus, wie, ähm, deine Lines sind, die afrikanische Flüchtlinge, die kommen nicht an, das sind jetzt keine Lines, wo du sagst, boah ey, der ist ja voll diskriminierend, das sind halt Lines, die wahr sind, und einfach auch eine Problematik an den Tag legen, die da ist, so, ne, also es ist so eine richtige Uuuuh-Line, so hat er ein paar von, ähm, genau, German Wings war auch erst vor kurzem gewesen, ja, da hat er ja auch ein bisschen was reingebracht, ähm, Basti hat viel auch auf Comedy gesetzt und ein bisschen Bars bitten, was bei Basti immer so ein bisschen nervt, ist dieses, ähm, ähm, dieses, ja, diese Mutterlein-Ding ist eine Sache, wenn's zu viel ist, ist es nervig, ein bisschen geht, aber er hat halt auch immer irgendwie so Lines, wo er seine Gegner tötet, oder die Mütter der Gegner tötet, oder die Freundin des Gegners tötet, was ich immer schwierig finde, ich find's halt, wenn du die Mutter fickst, okay, ich denk da immer an, an, äh, Edgar Wasser und Fertoni mit elf Minuten, fick ich deine Mutter, und dann bringt Toni so eine Line, wo es halt so sagt, so, ey, es wäre einvernehmlich und sie steht drauf, so, ne, wir machen das, weil wir Spaß dran haben, so, das ist halt so eine Mutterline, wo du denkst, ja, okay, scheiße, Mütter sind halt auch sexuelle Menschen, die das gerne machen, vermutlich, bis zu einem gewissen Alter, ähm, aber denn so dieses, so leichte Vergewaltigungs-Vibes mit Schlagen und Erwürgen und so reinbringen, das find ich immer, äh, ein bisschen eklig, äh, und das hat Basti halt oft so, ich mein, ja, war so ein bisschen sein Ding, ne, hat er ja auch in seinen Texten, teilweise, was ich da gehört hab und so, naja, ähm, Gossel hat sehr überzeugt, auch durch, durch Stimmimitation, er hat eine sehr schöne Kollegah-Imitation gemacht und Haftbefehl-Imitation, das war ganz funny, ähm, und, er hat, hat auf lustige Art sich halt auch über Battleboys, Basti's Aussie lustig gemacht und gut, Basti hat sich über seine Haare lustig gemacht, weil Gossel ja, ähm, keine Haare hat, er hat sich eine Glatze rasiert, aber ich glaube, er hatte vorher schon sehr, sehr wenig Haare auf dem Kopf und so, das sind so Lines, ja gut, ne, offensichtlich bringt man halt, ähm, aber insgesamt war, was, was sie gebracht haben und wie sie es gebracht haben, war sehr lustig und auf einem sehr hohen Niveau und hat sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt, manche Lines muss man nicht feiern, andere Lines kann man feiern, andere Lines sollte man feiern, ähm, ist alles dabei, finde ich persönlich, und, ähm, auf jeden Fall 100-prozentige Cook-Empfehlung für Battleboy Basti gegen Gospel, ähm, Gospel hat am Ende übrigens gewonnen, es war judged und Gospel hat 2 zu 1 gewonnen, war aber sehr knapp, also alle Jury-Mitglieder haben sich sehr schwer getan, ähm, das zu judgen und da einen Gewinner zu machen, so, es war immer so, so ein 2-1-Ding, so einer hatte eine Runde besser als der andere und dadurch wurde es dann am Ende entschieden, ähm, ja, also wie gesagt, sehr hohes Niveau, sehr gutes Niveau und, ja, nächstes Mal, ich weiß schon, welches Battle als nächstes kommt und es wird wirklich, wirklich unangenehm, es kommt Boring-Taggy gegen Pisek, was Piseks letztes Battle auch ist, meiner Meinung nach auch zu Recht, also, soweit ich weiß, ich glaube, der hat danach nirgends, mehr groß gebattelt, zumindest bei, mit einem Rapper, mit doch nicht, ähm, ja, also schwierig, auf jeden Fall, sehr schwierig, äh, aber, ich glaube, Bong-Taggy ist ganz gut, ich weiß, also, Bong-Taggy war sehr gut und, und Pisek hat sich halt komplett selbst mit vielen Lines ins Ausgeschossen, ähm, und Bong-Taggy hätte auch scheiße rappen können, er hätte das Ding wahrscheinlich trotzdem gewonnen, weil es nach manchen Lines von Pisek nicht mehr möglich war, ihm den Sieg zu geben und, ähm, ihn zu feiern und, na, aber Bong-Taggy ist halt, ich, ich bin, ich bin großer Bong-Taggy-Fan, der macht großartige Battles, ähm, ja, deswegen freue ich mich drauf, aber ich weiß auch, dass es sehr cringe wird. so, gut, das war's, äh, für diese Woche, äh, äh, freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, abonniert den Podcast, wo immer ihr ihn hört, gebt ihn ein Like, wenn ihr ihn auf, äh, YouTube hört, und, wir hören uns nächste Woche mit einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, worauf ich mich sehr freue, besser gesagt, denn nächste Woche geht's tatsächlich, und ich kann's ansagen, weil ich weiß, dass ich's hundertprozentig machen werde, kommt, äh, Hannover, Orte in Hannover, in denen es um Hip-Hop geht, die wichtigsten Hip-Hop-Orte in Hannover, so ungefähr wird's heißen, wie genau der Name sein wird, weiß ich noch nicht, aber genau, ich hab auf jeden Fall, äh, schon mit, äh, Falk Schacht geschrieben, der in den 90ern ja in Hannover noch sehr aktiv war in der Hip-Hop-Szene und da viel mitgerissen hat und so, äh, ich wart immer noch auf ne Nachricht von, ähm, Mehmet, Spaceboy, glaub ich heißt er, ähm, seht ich aber vermutlich also, wenn das rauskommt, ne, also bei Rap on Stage treffen werde und dann werde ich ihn mal drauf ansprechen, ob er mir nicht mal bei, äh, Instagram antworten könnte, das wäre sehr freundlich, könnt ihn auch einfach bei Facebook schreiben, weil ich weiß, dass wir befreundet, aber er ist noch auf Facebook, Leute, er ist noch auf Facebook, ähm, genau, deswegen, ich freu mich sehr auf die nächste Folge, könnte ein bisschen länger werden, Falk hat mir allein schon, da, mega lange Nachrichten geschickt und Links und so, ähm, ähm, ja, und, genau, gestern kam, äh, jetzt am Ende noch, gestern kam mein Interview bei PushdisTV raus, äh, wird, glaub ich, dann eine Woche später auf YouTube sein, ich werd's auf jeden Fall nochmal erzählen in der nächsten Folge, wenn ich weiß, wann es wo ist, äh, äh, letzte Woche war es auf jeden Fall auf H1, ich glaub, man kann's online nochmal streamen, vielleicht, ähm, ja, Link wird nicht drin sein, weil ich das natürlich, äh, hier alles schon vorbereitet habe, bevor es rauskommt und, ähm, das erst am Abend kommt und ich dann, aber wie gesagt, ich informier euch nochmal, ich verlinke's, ähm, euch nochmal in der nächsten Folge, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wir hören uns bald, wir sehen uns vielleicht heute Abend, wenn ihr bei Rock on Stage am Ruhm gerotzt seid, äh, äh, ja, macht's gut, ciao!